Willkommen bei GTA 5 Online mit mir und dem Lennart. Ja hallo, danke, danke. Ja genau, jetzt müssen wir wieder mit dabei. Julian ist momentan noch nicht dabei, der kommt vielleicht in den späteren Folgen hinterhergejoint, der hat noch ein bisschen was zu erledigen und wir haben sogar noch einen mit dabei, der ist aber nicht im Teamspeak drin, sondern der ist nur in der GTA Sitzung und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal eben schnell zu ihm hin und holen ihn mal eben ab und du nimm mal dein Auto da, ich möchte dich nicht bei mir haben. Komm, wir können ja ein Rennen machen, wer zuerst bei ihm ist. Ja warte, da muss ich erst mal wissen, wie du siehst. Wer warst du kaufst? Ja genau, er ist erster einzigste da, in der Nähe vom Flughafen. Ja, ich hab Punkt auf. Alles klar. Ich fahr sogar ohne Punkt. Äh, ja gut. Ne, okay, das machen wir aber nicht. Ohne Affen. Ja, scheiße. Wenn ich die Rechnung nicht bezahlen kann, musst du das dann bezahlen? Das liegt dann da drauf gezogen, wenn ich, ja ich da, also das war bei mir so am Anfang, da hab ich die Frau aufgestellt. Ja, da hatte ich nur ganz viel Geld. Da wurden mir meine Autos weggelegt. Aha. Boah, scheiß Baum. Ah, guck mal, da vorne ist er sogar schon, da vorne ist er. Wow. Ich hab ne Auszeichnung mit sich. Ja, 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 ich hab ne Auszeichnung mit sich. Was hat ein Ender für ein, für ein Verhagen? Ach ja, er hat den Wacker in Lila. Alles klar. Warte, warte, warte. Ist okay, ist okay, jetzt mach dich doch nicht fertig. Ähm, was wollen wir machen? Wollen wir eine Mission machen, oder? Ich guck mal, ich glaub, ich hab eben eine bekommen. Ja, ne, die war doof. Ach, warte mal. Ach, jetzt wird er da gerade verprügelt von so einem Autofahrer. Oh, da bin ich ihn erschießen. Ich hab auch gewisieren an, und dann hat er direkt... Äh, wirst du nicht auf ne Kinti? Ah, Herr Kacki, mit einem Peter nicht so geil. Ah, nicht, hör auf, hör auf. Bitte. Du musst auch sterben. So, ich hol ihn mal eben ab. Mach das. Nein, der KM darf ja auch nur, um dass er es nicht Absicht schießen war. Oh nein. Das war nicht mehr abseits. Ähm, abseits Absicht. Das ist meine Absicht. Und, nein. Mein Auto wird zu Platz. Haha, nehmen wir mal seins. Oh nein, er soll nicht auf ihn schießen. Er versteht es nicht. Hahaha. Du hättest nicht auf ihn schießen sollen. Ja, warte mal. Ich fahr ihn mal eben kurz nach Hause, weil er hat dann irgendwie einen Wegpunkt hingesetzt. Ja, ich lieg sehr mit dem Ungewiss Auto. Ich hab' nur, ja. Okay. Dann darf ich nicht einfach laufen, lieber als der Altmögliche. Ey, das hab ich immer gemacht, ne? Ich fand schnell hast, ich hab' ihn mal eben zu Hause gehen, weil ich kein Auto mache. Okay, da war sie nicht. Hab' es mal über 40 Minuten gedauert, und dann war ich dabei. Haha. Alter, da bist du ganz zu Fuß gelaufen? Ja. Alter. Guck mal, jetzt brauche ich mich. Warum wird er hier jetzt Haftbomben rum? Ja. Das sieht es. Haha. Komm, auf ab da. Oh, dass die am Nie aus dem Weg gehen. Was? Hat der die Teure in die Flüchtlingsbude oder hat der die Flüchtlingsbude? Ähm, der hatte den Wacker. Nein, Bude. Ach, Bude. Ähm, ja auch unsere, da wo wir auch wohnen. Ja, das ist absolut gut. Ja, ja. We are family. Ah, die Flachwüsche waren aber geil, ne? Ach, ich fahr auch mal kurz eben rein, dann mach ich mal eben mein Auto wieder heil. Das ist nämlich ziemlich, ziemlich kaputt. Das einmal kurz reparieren lassen. Nehme ich vielleicht ein anderes jetzt, wo wir zu dritt fahren können. Ich glaube, ich nehme mal wieder den Exemplar. Können wir auch dann zu dritt drin fahren. Oder? Ja. Nee, warte. Nee, nehme ich doch nicht. Oder? Doch? Nein. Ich kann ihn ja auch mitnehmen. Ja, eben. Und deswegen nehme ich jetzt auch einfach meinen Entity wieder. Ah, das ist auch nice. Das ist auch eine geile Farbe. Er hat jetzt den Cheater in so einem Schwarz mit so einem leichten Braunton und orangen Felgen. Das sieht auch mega geil aus. Ja. Echt nice. Warum ist es auch gestiegen? Ja. Ich fahr mal eben nachher Mission an. Äh, ich frag mal eben Ron, vielleicht hat er eine gute Mission. So, gib mir mal eben einen Job. Öl ins Feuer habe ich bekommen von Ron, das können wir mal machen, ne? Ja, und ich lad euch gleich ein. Ja, warte, warte. Ja. Ich hab' jetzt eingeladen. Ja. Und ihn auch. ja, ich hab' jetzt auch immer angefangen. Ich hab' jetzt mal in die Mission an. Ja, ich hab' jetzt einfach mal in die Mission an. Ja, ich hab' jetzt verfügbar. sagt bescheid wenn du waffen gekauft hast ja alles lang ist los das müssen wir noch mal machen wir müssen wir den tank das auch schon wieder klauen ja die hatten wir schon mal gemacht also ich weiß nicht ob es mit dir war aber ich hatte auf jeden fall schon ganz aufgemacht ich bin hier in meinem auto stehen alle hier und ihr alle ganz woanders gespawnt schön warte ich mal eben ein von euch ab ok zu euren eigenen autos dann eben nicht so kommt hier längst du hast auch den cheater jetzt genommen ja auch dann geht's los ich war schon längst auf los geht's los ich bin schon längst losgefahren was schon darum ja ich war auch immer immer über die berge eigentlich na ja oft wo wo hier meine berg runter so ich habe noch 1,8 km wie sieht es bei euch aus sind die anderen bei dir oder in der nähe von dir einer da hängt jemand noch ein bisschen zurück aber es geht auch noch ja er weiß ja wohl auch wo der tanklaster ist er hat ja auch eine karte so ich bin jetzt da und dann war sie kommt schon gegner so ich war es natürlich noch immer euch was macht er denn da und wer war da jetzt gerade bleibt ihr denn wer ist erster da beide fast gleich auf der karte da dreht er sich auch noch mal der andere kämpfe gerade schon eine karte ist im arsch so wir snipen hier schon mal eben paar leute weg oh wo 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 es geht denn da noch noch ein paar jetzt aber schnell hier ich glaube ich habe mal den lkw haltet immer da mal eben den rücken frei aber was sind denn der typ der 1 und scheiß werden den werden wollen wir doch gar nicht haben woher kommen macht beide kommen beide ich komme einstellen so kommt weg mit ihrem motor war hast du das kommt da hinter uns sind ein paar leute das wäre ganz wenn du die mal abschießen könntest am besten nicht mich aber das mache ich ganz unbewusst und er zieht voll nach rechts nach links quatsch ab in den gemüse stand hinter mir sind genau welche sehr gut also da sind wir wahrscheinlich schon also diese mission gibt gar nicht mal so viel geld egal nein ich wollte es war mir schon klar das war so mein ziel sicher abgeliefert ohne kratzer das war ja nichts war das was wieso hast du 5000 bekommen ich habe 3100 was soll das denn wo man rennen machen kommen wir machen man rennen ja genau ich habe da ja auch schon gewohntet für wahrscheinlich hat jetzt nur dieser silver server der mit uns spielt nicht für das rennen gestimmt das wäre ich dumm ja ich hatte ihn gefragt er hat er hat auch zuerst aber er möchte halt irgendwie nicht mit uns reden so tritt ein eigene fahrzeuge ein fahrungslevel aus verkehr aus punkt zu punkt super sportwagen radio muss ich ausmachen ja das ist sehr gut ja super sportwagen alles gut alle mit dabei die dabei sein sollen marie 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 so was nehme ich denn mal entdecken wieso geht hier und den dinge tunen kann zu nehmen aber dann deinen privaten halt ich bin auch schon auf bereit gegangen ich habe keine karre was wieso hast du keine karre ja ich habe auch viel für dich gerade gar nicht egal ach mal liegt das jetzt einmal ach ich hab den adder gekriegt noch achso ja mein adder ist leider nicht da mein adder ist kaputt das ist echt scheiß oh der hat auch den adder und der silver surfer hat auch den äh quatsch den entity entity oh super start super start boah ich ziehe in allen vorbei ja hätte ich jetzt mal endlich wieder bei ja der hat so ein tickchen bessere beschleunigung boah ihr holt vielleicht auf meine fresse alter hör auf mich abzudrängen alter was ist denn da für ein pisser ey ja 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 toll jetzt hängt oh was soll das denn hängst du da auch gerade drin ja ich bin frei oh nein oh jetzt bin ich dazwischen ah ich bin wieder frei sehr gut oh mich hat mich hat mich hat dieser mario weggedrängt erinnert in der luft deswegen habe ich es nicht ganz geschafft ich bin zweiter oh der hat sich gedreht sehr gut hat sich gedreht ja für mich ist das die du keine hübschen ne dann lass gleich bevor wir das nicht oh ja ich habe ihn weggedreht hahaha du kleiner noob muaho hast du ihn? hast du ihn? ich bin der letzte ach so schade ach so schade wir haben wahrscheinlich einen Vorsprung von 5 Maus oh ich habe einmal ein fettes Hindernis da am Weg oh jetzt zoome ich aber richtig davon ne ich habe voll verstanden ich bin so weit hinten dann befinden sie Kilometer rück dann oh haben wir eben geil hier über die Brücke gesprungen da seid ihr schon? da hinten fliegen sie oh der ist explodiert haha ziel hui sieg wie geil das der eine da ich knecke ihn noch ich knecke ihn noch oh das wäre der Thomas geiler bisschen der hat jetzt einen Bock denn ich habe das gesehen wie geil aber nein ich komme nicht drüber ich komme nicht drüber ja ich bin drüber aber nein ich habe ihn in der Trinklage sehr schön sehr gut guck mal wie weit ich da hinten bin oh du hast es gar nicht bis ins Ziel geschafft oder? noch nicht fährst du noch? ja jetzt nicht mehr oh du hast 500 300 Dollar bekommen wow 500 300 ja warte dann lass doch mal gleich in den Chip für Andy dann hole ich mir mein endliches CD-Rennen wieder und dann ist das irgendwie dann besser ja ne wir gucken aber erstmal vielleicht haben wir das auch wieder eine schicke Mission da ich meine der Edda ist ja auch nicht gerade schlecht eigentlich ne ja aber viel da drin zu mach erstmal auf gefällt mir oder nicht gefällt mir dann gehst du mich weiter und dann gucken wir mal vielleicht haben wir auch noch eine Mission hier hier ist ein Fallschirmsprung, Fallschirmsprung, Last Team Standing, Fallschirmsprung, Rennen ich mach mal auf aktualisieren so vielleicht kommt irgendwas Neues da ist noch ein Rennen Capture wake up ah Julian ist da sehr gut warte kleinen Moment Smack mit ab ab Vielen Dank.